Flux FM in digitaler Gesellschaft. Google als größter Suchmaschinenanbieter kam dem Urteil zähneknirschend nach und listete seit Verkündung des Urteils insgesamt 600.000 URLs aus den Suchergebnissen aus. Fast 70.000 Anfragen kamen dabei allein aus Deutschland. Die europäischen Datenschutzbehörden waren trotzdem nicht zufrieden mit Googles Reaktion auf diese Entscheidung und Google hat jetzt nochmal reagiert und seine Praxis geändert und genau darüber wollen wir mit Volker sprechen. Schön, dass du hier bist. Hallo. Da fangen wir doch kurz mal an. Was für Inhalte muss eine Website haben, damit man einfordern kann, dass sie von einem Suchmaschinenbetreiber entfernt wird oder sagen wir vergessen wird? Ja, es geht eigentlich immer um Inhalte, die in irgendeiner Weise nachteilig für eine ganz bestimmte Person sind, für eine natürliche Person, für einen Menschen. Es kann ja sein, dass diese Informationen einfach nicht mehr aktuell sind, dass sie zum Beispiel zehn Jahre zurückliegen und Informationen beinhalten über ein Strafverfahren zum Beispiel, was eine Person durchlaufen hat. Oder irgendwelche anderen Dinge, die sie getan haben, die eben sie nicht besonders gut erscheinen lassen. Und diese Informationen können so einer Person im Internet natürlich extrem lange nachhängen, weil jeder durch das Suchen in einer Suchmaschine relativ einfach diese Informationen auffinden kann. Das gilt also nicht, wenn es sich nicht auf eine bestimmte Person bezieht. Was der Suchmaschinenbetreiber dann machen muss, ist diese Links, die eben unter dieses Recht auch vergessen werden, fallen, aus der Ergebnisliste entfernen. Das heißt also, diese Links dürfen dann nicht mehr als Suchergebnis angezeigt werden. Heißt aber gleichzeitig auch, die eigentlichen Inhalte, um die es geht, die verbleiben im Netz. Es geht also nicht darum, dass die Inhalte gelöscht werden, sondern nur, dass Treffer aus der Ergebnisliste des Suchmaschinenbetreibers nicht mehr angezeigt werden. Genau, das wäre meine Frage. Also wenn die Suchmaschine nun Links aus dieser Trefferliste entfernt, was geschieht dann mit den Inhalten, die auf diese Links verweisen? Du sagst, die verbleiben im Netz und das ist ja die Krux an der Sache. Das sollte ja eigentlich, ist nicht im Sinne desjenigen, der sagt, ich möchte, dass das vergessen wird. Ja, eigentlich ist das überhaupt nicht im Sinne des Betroffenen. Aber das sagt der EuGH auch in seinem Urteil ganz ausdrücklich. Selbst dann, wenn die Inhalte rechtmäßig im Netz verbleiben dürfen, kann es sein, dass ich gegenüber einer Suchmaschine ein solches Recht auf vergessen werden habe. Und tatsächlich ist es durchaus ein Problem, dass hier eigentlich ein doppelter Standard eingeführt wird. Nämlich auf der einen Seite gibt es Kriterien dafür, wann eine Information überhaupt im Netz verbleiben darf. Und auf der anderen Seite gibt es eben jetzt Kriterien dafür, wann Suchmaschinen Links auf diese Information nicht mehr anzeigen dürfen. Und in der Tat, da kann man sich fragen, ist das eigentlich wirklich ein echtes Vergessen? Und wäre es nicht eigentlich sinnvoller, wenn es da einen einheitlichen Standard gäbe? Gibt es aus grundrechtlicher Sicht auch Nachteile beim Recht aufs Vergessenwerden? Ja, dieses Recht auf Vergessenwerden ist auf der einen Seite natürlich ein Element des Persönlichkeitsschutzes. Insofern könnte man sagen, ganz toll für die Grundrechte. Aber es gibt eben auch noch die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit. Das heißt, die Meinungsfreiheit oder auch die Pressefreiheit von Journalisten, die diese Informationen zunächst mal veröffentlichen, auf einmal können deren Artikel nicht mehr aufgefunden werden im Netz. Das heißt also, aus Sicht der Meinungsfreiheit ist das vielleicht nicht so toll. Und auch umgekehrt, Leute, die jetzt solche Informationen suchen, die könnten sich dafür eigentlich auf ihre Informationsfreiheit berufen. Und auch die Informationsfreiheit wird ja eingeschränkt, wenn eben die Auffindbarkeit von Informationen eingeschränkt wird. Was hat jetzt genau die Datenschutzbehörden an Googles Umgang mit diesem Urteil, wie sie zunächst umgegangen sind, gestört? Die Datenschutzbehörden, insbesondere die französische Datenschutzbehörde, hat kritisiert, dass Google eigentlich nur dann, wenn man die europäischen Versionen dieser Suchmaschine nutzt, entsprechende Links auch tatsächlich gesperrt sind. Ursprünglich war es nämlich so, hat man beispielsweise von Deutschland aus eine Information, die unter dieses Recht auch vergessen werden fällt, hat man sie gesucht. Unter google.de zum Beispiel hat man sie nicht gefunden, hat man aber von Deutschland aus google.com benutzt, also die amerikanische Variante, dann wurde dieser Link tatsächlich noch aufgefunden. Und das war genau das Element, was die Datenschutzbehörde gestört hat. Ja, das klingt absurd. Und was hat Google jetzt geändert? Ja, genau. Das ist eigentlich so die Neuerung, die jetzt in dieser Woche greift, die ab dieser Woche greift. Google macht es jetzt so, dass wenn ich von Deutschland oder einem anderen europäischen Land aus Varianten von Google benutze, die eben eigentlich außerhalb der Europäischen Union liegen, also eben typischerweise google.com, dann werden die hier gesperrten Links auch nicht mehr angezeigt. Anders aber wiederum, wenn ich es von Amerika aus mache beispielsweise, wenn ich in den USA google.com benutze, dann würden Links, die hier gesperrt sind, dort immer noch angezeigt. Ja, was haltet ihr nun davon oder was sagst du da? Eigentlich sollte man es vielleicht nochmal anders angehen. Also generell eigentlich dieses Recht auf Vergessenwerden, da kann man sich fragen, wie sinnvoll das eigentlich ist. Und man kann sich eben auch fragen, wie sinnvoll diese Ausweitung ist. Die Datenschutzbehörden hätten sogar gern noch eine viel weitere Ausweitung. Die sagen Links, die hier in Europa nicht in den Suchergebnissen auftauchen, die dürfen auch, wenn ich in Amerika eine Suche durchführe, nicht in den Ergebnissen auftauchen. Und da sagt Google halt, wie ich finde, nicht ganz unberechtigt. Es kann nicht sein, dass beispielsweise Europa jetzt hier die Datenschutzstandard für die gesamte Welt setzt. Es kann nicht sein, dass nur weil in Europa irgendeine Information nicht aufgefunden werden darf von einer Suchmaschine, dass das Gleiche dann eben auch gilt für Amerika und alle anderen Teile der Welt. Man kann das natürlich auch auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, das Internet ist ein globales Medium, also muss der Persönlichkeitsschutz auch global funktionieren. Und diese Krux ist eigentlich relativ schwer aufzulösen. Was, finde ich, das Ganze besonders absurd macht, ist die Tatsache, dass es ja relativ einfach ist, im Internet zum Beispiel VPN-Dienste zu benutzen oder sowas wie Tor zu benutzen, wodurch eben es für die Suchmaschine so erscheint, als käme man aus einem ganz anderen Land. Also ich kann es von Europa aus ohne weiteres so erscheinen lassen, als würde ich von Amerika aus auf das Netz zugreifen. Und das ist dann der Punkt, an dem das Ganze eigentlich völlig absurd wird und komplett unterlaufen wird. Und insofern kann man sich fragen, ob diese gesamte Konzeption des Rechts aufs Vergessenwerdens in dieser Form eigentlich überhaupt sinnvoll ist oder ob es eben nicht, wie ich vorhin schon mal andeutete, sinnvoller wäre, einen einheitlichen Standard zu haben für die Frage, wann darf etwas im Netz verbleiben und wann darf es von der Suchmaschine aufgefunden werden. Und was meinst du, wie lange die europäischen Datenschutzbehörden sich das jetzt erstmal so angucken und sagen, okay, da hat sich bei euch was getan, ihr versucht was zu ändern, aber wir sind immer noch nicht zufrieden oder wird das jetzt erstmal gängige Praxis bleiben? Also, dass sie damit nicht zufrieden sind, haben sie ja bereits gesagt. Und inwiefern sie dann tatsächlich weiter gegen Google vorgehen, das bleibt abzuwarten. Aber sicherlich ist Google einer der Konzerne, der doch sehr unter Druck von Datenschutzbehörden, gerade insbesondere in Europa ist und auch in absehbarer Zeit bleiben wird. Wir haben bei Flux FM über das Recht aufs Vergessenwerden im Netz gesprochen. Da hat sich einiges getan. Google hat seine Praxis geändert. Volker Tripp vom Digitale Gesellschaft TV hat uns nochmal über die Details aufgeklärt. Vielen Dank, dass du uns nochmal hinter die Kulissen blicken lässt. Gerne. Man beschäftigt sich ja nicht jeden Tag mit den Details. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder hier seid. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder seid.